Es gab heute eine tragische Meldung. Ein Mann hat ein vierjähriges Mädchen niedergestochen in einem Supermarkt. Nun wurde das gemeldet in den Mainstream-Medien und dort wurde zu Beginn ein fataler Fehler begangen. Das kann man kurz einblenden. Es wurde die Nationalität des Mannes genannt. Das ist ein absolutes No-Go inzwischen in den Mainstream-Medien. Man könnte dadurch ja Stimmungen in der Bevölkerung anheizen, befeuern und man könnte hier Dinge machen, die man nicht möchte. Man möchte keinen Eindruck erwecken, dass das bestimmte Bevölkerungsteile sind. Und deswegen hat man das geändert folgendermaßen. Aus der Nationalität wurde dann der neutrale Mann. Der kannte das Mädchen nicht, gab keine Beziehung dazu offenkundig. Alles ein sehr tragischer Einzelfall natürlich. Ein absoluter Einzelfall. Deswegen dürfen wir keine Rückschlüsse ziehen auf irgendwelche Politikmaßnahmen oder so weiter. Auf keinen Fall.